Hallöchen. So, ich lasse mir jetzt ein Sept umstechen und danach beurteile ich, ob es weh getan hat und so weiter. Badam, badam, badam. Soll ich den Spiegel? Achso, ich soll halten? Mhm. Okay. Oh Gott. Ups, Spiegel, Spiegel. Das war aber schon viel. Vorbei? Äh... Joa. Tim, du hast da was. Ja. Könnte sich schon so was nicht gehen. Okay. Ja, aber noch schlecht. Was? Schau nochmal rein. Ich hab keine Ahnung, ich kenn mich da nicht so aus. Oh, ich mach's heute das erste Mal. Genau. Also ich find, man kann's sowas. Aha. Ja. Ach du, Haidaga. Ach du, Haidaga. Hehehe. Oh Gott, oh Gott. Es ist lustig, auf jeden Fall. So, ich habe jetzt mein tolles Septum Piercing, da eine Nase drin, aber man sieht es noch nicht, weil ich noch kein Hufweißen drin habe. So, zum Stechen selber, man hat ja gesehen, ich habe leicht geweint und es tut ein kleines bisschen weh, aber nicht übertrieben, also es auszuhalten. Sonst, bis jetzt tut es auch nicht weh. Ich bekomme halt manchmal irgendwie so Gänsehautanfälle, weil es irgendwie so mischelt. Und dann, bam, habe ich Gänsehaut. Würdest du das anderen empfehlen? Ja, würde ich schon empfehlen, ist cool. Wen sollen sie abonnieren? RelaxTV. Weil sonst was passiert? Weil sonst... Sonst... Alle sterben? Ja genau, das sterben alle. Alles klar. Okay, abonniert uns Leute. Bis dann. Ciao, ciao. secure. Über Lange.